Ja, ihr seht heute ja schick aus. Ihr seht, es ist heute immer noch kein guter Setter. Ja, wir sind im Aborturenpark in Hellendorn. Hellendorn! Da wollten wir auch schon lange mal hingehen, haben sie aber nicht geschafft. Ich weiß nicht, was uns erwartet, deswegen schauen wir es uns einfach mal an. Und rechnen wir mit. Also hinter uns ist ein Rafting, die werden wir leider nicht fahren. Ah, ein Abbau, ein Abbau. Aber da sieht man, wie die Wellenmaschine funktioniert, das ist ganz interessant. So, wir haben keine Ahnung, wo wir uns jetzt anstehen. Wir sind jetzt einfach den Leuten hinterherlaufen, wobei die kommen jetzt alle wieder zurück. Ich glaube, es ist alles zu. Okay, also wir sind schon wieder unterbrochen worden, weil das ist auch geschlossen. Also wir sind jetzt überall hingelaufen, wo Sachen zu sind. Das Einzige, was wir an Tisch das Rafting haben, das würde ich nie fahren. Es ist immer zu kalt und zu nass. Es sieht aber sehr toll aus, das Rafting. Also ich vielleicht fahre ich, bevor wir gehen, fahre ich es vielleicht noch. Wir haben es gefunden, was auch hat die Zunge-Expedition. Wir fahren das jetzt einfach super. Und ich habe gesehen, die Mitarbeiter haben vorhin die Sitze trocken gemacht. Also hoffe ich jetzt, dass wir auf einen trockenen Sitz können. Die Sitze trocken machen ist schon ein Service, den sich mal viele Parks hier abschneiden können. Wir sind jetzt im Boot bei uns, Rüte, der sitzt nicht sauber gemacht. Wir sitzen jetzt aber mit unserem nassen Arsch auf diesem Boot drauf. Wir werden schlechter behandelt als poländische Gäste, nur damit wir es wissen. Es ist kröpierend. Ich bin ein Aventurier. Ich bin ein Aventurier. Ich bin ein Aventurier. Ich bin ein Aventurier mit dem deinem Aventurier. Es ist kröpierend. Ich bin ein Aventurier mit dem Aventurier von mir. Es ist kröpierend. Aber ich bin ein Aventurier mit diesem Kinder. Und nur damit es so lange ist. Nur damit wder ich die Kinder und Kinder Kinder. Ich bin ein Aventurier. Jetzt sind wir gerade bei Ihnen. Laten wir hier schauen. Warte mal! Da bin ich nicht in! Weet ihr was für ein Dier? Ich kann auch nicht von dir! Ich kann auch nicht von dir! Ich kann auch nicht von dir! Hörsaal! Nee, Merci! Komm zurück! Hilfe! 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 Issa Rihanna? Issa Rihanna? Issa Rihanna? Issa Rihanna? Ja, also wir kommen gerade aus diesem Bötchen raus. War okay, vieles hat nicht funktioniert zum Glück, denn da kamen Spinnen und ich mag keine Spinnen. Ich glaube, normalerweise wäre die Spinne so runtergekommen. Ich habe schon die Räder und Seide gesehen, aber es hat nicht funktioniert. Zum Glück. Das findet er ganz eklig. Das wäre also gar nicht meins gewesen. Okay. Meine Jungs, die Räder sind nicht offen. Ja, wir sind in Balagos gefahren, das ist eine WK-Maschine, aber ein Sun-Kit-Zug. Ja, also ich finde, die sehen nicht schön aus. Ich muss aber sagen, hier hat er überrascht ruhig einen Zug zum Fahren. Ja, er fährt echt gut. Also, da kann man sich echt nicht beschweren, aber er sieht leider echt nicht gut aus, dieser Zug. Da hätte ich mir einen schöneren Zug erwartet. Ich fühle mich auch in diesen Zügen nicht so sicher, muss ich immer sagen. Auch wenn sie schön fahren, aber ich fühle mich da nicht so sicher. Ich mag dieses System, wie das, dass der Druckluft angefressen werden muss. Ja, ich mag das nicht so gerne. Aber was ganz cool ist, der hat so ein Tablet, wo der einzelne Sitze entsperren kann und anfällt. Also, wenn Leute noch sitzen bleiben wollen und man muss ja nicht den kompletten Zug entsperren, dann kann der auch nur einzelne antippen. Ja. Das ist cool. Und ich mag eigentlich diesen Standard-Mikro-Makro-Punk-Coaster ganz gerne. Der gab es gerade viele davon und gibt es nicht mehr so viele. Das ist der gleiche wie im Stupensportraum, mit dem Flying Tiger. Flying Tiger. Die haben wir auch schon gerne gehabt. Hatten wir auch schon gerne gehabt. Bitte verlinkt mal das Video hier irgendwo. Ja, wir sind jetzt hier, glaube ich, im Geradenlein. Sieht so aus. Hier gibt es hinter uns Boxautos, aber zwei unterschiedliche, aber für erwachsene Kinder und aber für kleine Kinder. Dort ist das sehr... Ja, ich mag das gerne, aber hier finde ich es jetzt echt auch ein bisschen komisch, wenn das die normale Fläche so abgetrennt ist. Das ist ein bisschen arg klein in der Bereich. Ja, also es ist nicht sehr groß, aber ich bin so lustig, dass es so angeht. Was ich aber auch lustig finde, ist dieser Kanal-Türe von der Wildwasserbahn und sieht sehr, sehr spannend aus, weil wenn man sich nicht schlängelt, da durchfährt. Ich hätte Lust drauf, aber wir haben gerade einen Mann gesehen, der allein gefahren ist, der war wirklich Datschner. Richtig, von oben bis unten. Deswegen, nein. Nein. Wir warten mal. Vielleicht kommt ja noch richtig Sonne raus heute. Im April ist alles möglich. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Also hinter uns gibt es noch einen Wasserpark. Der hat aber leider zu, deswegen können wir ihn nicht testen. Das ist echt Richtigkeit. Aber ich glaube, finde ich sowas immer gar nicht so schlecht. Der sieht auch gar nicht so klein aus. Ja. Also ich halte sehr viel gerutschen. Eigentlich cool. Eigentlich ganz cool. Ich mache es an und es ist schön bunt. Ja. Ist halt, ich weiß nicht, hier ist alles sehr bunt, oder? Ja, vielleicht gefällt es mir auch, deswegen ist es so gut. Aber es passt hier rein. Ich finde das wirklich billig. Es passt eigentlich. Das ist das, was ich immer wichtig finde, dass es nicht billig ist. Mhm. Natürlich. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir kommen aus einer dunklen Achterbahn raus. Indoor. Wie hieß die Indoor Coaster? Keine Ahnung, ich weiß. Sehr leicht zu übersehen, also sehr versteckt. Ja, also hätten wir nicht von außen gesehen, dass da eine Achterbahn ist, hätten wir nicht gewusst, dass da ein Freund ist. Der Eingangsbereich oder der Wartegreis. Der ist echt böse. Der ist so gruselig gemacht. Dann machst du schon die Tür auf und ich wusste nicht, ob man da jetzt durchlaufen kann oder nicht durch diese Tür. Und dann laufst du dann dieses enge Gängchen da runter. Es soll wohl eine Kanalisation darstellen. Ja, das trifft es auch ganz gut. Die Achterbahn ist quasi die Ratte, die da durchläuft. Ja, ist ziemlich cool, können wir empfehlen. Ist echt lustig. Coole Effekte. Ja. Also der Mann hinter mir im Zug hat gesagt, das wäre wichtig für den Hyperspace Mountain. Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Würde ich jetzt auch nicht. Aber es ist eine sehr coole Bahn. Ja, das stimmt. Man fährt auch zwei Runden, also es lohnt sich. Ja, lohnt sich. Dann kamen nicht mehrsなん. Magst du ja goeien? Ja, das ist so halt lieber losgeklempfes, also da die Tür. Im They意 klingen das auf, derajuất die Tür spazier an der Das Nr. von Ihr Zitplatz findet Ihr auf der Lapperkamp, über Ihr Stuhl. Nach dem Ausstrahlen sieht Ihr ein Punkte-Altal auf der Telefonnummer. Ja, wir kamen aus dem Discovery-Club raus. Und das ist hier auch ein Dark-Rind, allerdings zum Schießen. Normalerweise mögen wir sowas nicht, aber ich fand es jetzt ziemlich gut. Hier geht es auch nicht bloß darum, Punkte zu kriegen, sondern wenn man die Ziele trifft, dann bewegt sich immer was. Das finde ich eigentlich total witzig. Das motiviert mich mehr. Ja, das geht überraschend lang. Also von außen sieht das ziemlich klein aus. Man muss auch wieder in den Keller runtergehen und dann fährt man ziemlich lange. Ich möchte es nochmal machen, weil ich nicht alles sehen konnte. Das hat mich total überbracht. Da gab es voll viel, was man auch hat. Da hat sich was bewegt. War schon ziemlich gut. Wir machen jetzt eine kleine Mittagspause. Wie das Restaurant heißt, weiß ich nicht ganz genau, aber es gibt hier verschiedene typische holländische Geschichten, wie komischer Käse, den man auf so ein Brot drauf überbacken. Ich weiß nicht, wie das heißt. Natürlich Brokkettje, das hat André genommen. Gibt es auch als Menü mit Pommes frites. Und da gibt es noch keinen Salat dazu. Ich habe ein Poult-Pourg-Menü genommen. Das haben die voll schön angerichtet. Also die haben auch, glaube ich, die Mitarbeiter neu eingelernt, hat gezeigt, wie man das machen muss. Zusammen mit Getränk und dem Salat hat das jetzt 38 Euro gekostet. Es sieht lecker aus. Wir testen das mal. Wir testen den Hafen. Die Marke Aerosene. K Super. Vielen Dank. Ja, Ritter Street. Ritter Street? Keine Ahnung, wie man das hier ausspricht. Ist der Laut hier? Ist so ein Spinning. Fick, sexuelle Maus, wilde Maus. Von der Räfer schon. Und es heißt immer noch Neue. Ist aber von 2022. Also vorne auf dem Schild steht zumindest drauf, dass sie immer noch im Testbetrieb ist. Und dass der weiß, wenn man mal wieder zu Ausfällen kommen kann. Also ich finde die Thematisierung ist ganz nett gemacht. Und hier gibt es halt auch so ein bisschen eine Story. Die Verbindung mit der Weg-Roma-Bahn, mit dem Drachen, der hier von diesen Gonnen bekämpft wurde. Wenn ich das nicht verstanden habe. Genau, man kämpft quasi von diesen Gonnen direkt da runter. Wir blenden euch diese kleinen Geschichtsdinger mal ein. Und ja, dann hat man den Drachen in Ketten gelegt und hat dann die große Feier gemacht. Und die findet gerade hier statt. Eigentlich ganz nett. Ja. Falls ihr euch wundert, warum man zurück ist, sieht das so schrecklich aussehen. Und es sieht an diesem Fahrgerät hinter uns Drachen-Nest. Drachen-Nest quasi. Also Disco-Coaster ist ja mehr als würdig. Das heißt, diese kurze Version. Ich finde diese kurze fast anstrengender, weil du nur noch in diesem Spin-Trump bist. Also hier ja nur noch. Also das heißt ja, oh Gott, das geht schon wieder. Mir wäre es schon schlecht, wenn ich jetzt nur noch da hingucke. Also wir haben davor gut gegessen wohl gehört. Ja, es liegt aber ein bisschen an diesem Bügel zu sehen, dass einem doch auch ein bisschen auf den Magen drückt. Ja, und dann dreht es aber auch so schnell. Dann dreht es aber wieder langsam. Dann denkt man, jetzt ist es vorbei. Nee, dann dreht es sich noch in die andere Richtung. Das macht es nicht besser. Also mit gutem Magen können wir das euch empfehlen. Mit nicht so gutem Magen vielleicht lieber nicht. Bei mir ist der Mühe, der nicht mehr aufgegangen hat. Und der Mann dachte einfach, ach, der will sitzen da drüber. Und der war doch fast schon enttäuscht, wo ich sagte, es soll kommen, wie ich rausfassen. Das schlaufe ich in den Eckstaben sitzen. Ja, das hätte ich jetzt nicht noch mal eine Fahrt machen können. Das wäre das nicht, nein. Hier unter uns stand wohl mal ein Topspin. Ja, mit dem Namen Montezumas Revanche. 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 Ich finde, das ist eigentlich ziemlich cool, thematisiert. Mit diesem Tempel und Wasser und sowas. Ja. Ein bisschen Talukan live. Ich finde es schade, dass der weg ist. Ich wusste auch nicht, dass der weg ist. Ich habe das mal auf Bildern gesehen und dachte, das sieht cool aus. Ja. Ich bin ein bisschen traurig drum. Na ja, so ist es halt. Dinge gehen, neue Dinge kommen. Hoffentlich. Ja, wir haben Rafting gemacht. Wir haben uns getraut. Heute ist es echt kalt und regnerisch. Aber das sieht so cool aus. Ja. Wir mussten das jetzt machen. Ja. Und so nass wurden wir jetzt nicht. Aber ich glaube auch, man kann da richtig gut nass werden. Nach dem, was wir da gesehen haben, was da alles kommt. So Fontänen, die drüber sprießen. Bis hin zur Wellenmaschine, die auf leicht eingestellt ist. Man wird ein bisschen nass. Also es kommt eine Wette, die hat den Ort fast erwischt. Aber sonst war es eigentlich ganz gut. Und die Höhle. Ja, die Höhle mit Nebel und Lichtern. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn es im Sommer alles an ist, ist es bestimmt noch besser als jetzt. Ja. Schöne Raftinganlage. Ja. Gefällt mir. Ja, ohne, außergewöhnlich. Ja. Das kenne ich jetzt so in der Art. Ja, auch nicht. Das hatten wir anfangs ein bisschen wie so ein Grathaus gebaut. Und man läuft bei dem Anstieg eigentlich immer entlang an dieser Rinne. Also man kann auch reinlangen und so. Das ist ganz skurril. Sehr gefährlich auch. Das, der Chef genehmigen würde. Hinter uns gibt es auch noch eine Achterbahn. Ja. Die wollten wir morgen als erstes fahren. Da hat sie auch schon Störungen gehabt. Ja. Die Zitat ab ist, die ist zwischendrin mal gelaufen. Aber jetzt hat sie schon wieder Störungen. Und jetzt ist jemand da, der rumschraubt. Mal schauen, ob das heute noch was hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe die Bühne in den Augen vor lauter Glück. Ich wollte nach dem Wellenflieger fliegen, fahren. André ist mitgekommen, obwohl er es eigentlich eigentlich so macht. Ja, wäre schlecht. Erst dachten wir, das stimmt und was nicht, weil diese Sitze so weit oben sitzen. Ja, aber das ist vorher normal. Also ich bin kaum hochgekommen mit meinen kurzen Beinen. Die beiden wie Kinder das schaffen. Also ich habe es geschafft. Aber ich bin auch größer als so. Ich habe längere Beine. Ja, wir sind durften ziemlich lang gefahren. Ja. Ich habe vorhin mal gelesen, das Teil stammt wohl aus dem Panoramapark Sauerland. Vielleicht kennen wir das ja noch von früher. Und davor sind ja noch die schönen Oldtimer gefahren. Ja, stimmt. Die fand ich schon für Fahrtplatz, aber schon mal gekommen sind, voll schön gestaltet. Schick, schick. Ja, ein McRide-Produkt. Echt? Ja. Du weißt gar nicht. Doch. Aber man konnte nicht selber lenken, leider. Das war vorgegeben. Ich habe aber trotzdem mitgelenkt. Ja, also das Wetter wird leider nicht besser. So ein Wechselbad der Gefühle. Weißt du, wie das so anstrengend. Aber wir, es ist ja nichts los gewesen, wir haben eigentlich alles gemacht. Ja. Was uns gefehlt hat, ist das wunderbare Enterprise. Das hat leider technische Störung. Die haben es den ganzen Tag versucht zum Laufen zu bekommen. Aber wir brauchen ja immer wieder einen Grund, um wieder zu kommen. Ja, ich denke auch, das ist definitiv nochmal wert, hier vorbeizukommen. Weil das schon ein toller Park ist, schön angelegt. Hat tolle Attraktionen, bietet eigentlich alles, was man braucht. Wasserbahnen, Rutschen, sogar Wasserrutschen, wenn man es so mal wahrscheinlich machen wird. Tolle Achterbahn, eine super tolle Raftingbahn, muss man dazu sagen. Und die Wildwasserbahn haben wir auch noch nicht getestet. Also das muss man auch noch machen. Mein Highlight war fast diese Indoor-Achterbahn, vor allem wegen dem Wartegereich. Die ist so episch gemacht. Und ein bisschen gruselig. Und echt gruselig. Also wenn ihr da reingeht und denkt, ihr seid falsch, ihr seid da komplett richtig. Es ist wirklich so gedacht. Muss man gemacht haben. Ja. Preislich, das hat jetzt mit den vergünstigten Online-Tickets 18,99 gekostet. Da kann man echt nichts sagen, was man bekommt. Das geht. Das ist ein bisschen schnappbar. Also die Tageskasse ist deutlich teurer, muss man sich überlegen. Und hier gibt es auch ganz viele, die ist ein Rabattcode, wo immer Hellendorm mit dabei ist. Müssen wir ein bisschen rumschauen. Ja. Schaut mal so ein bisschen in den Internetseiten vorbei und da kriegt ihr immer einen guten Preis. Wir raten immer nicht vor Ort kaufen. Das ist die Devise dieses Jahr. Nicht vor Ort kaufen die Tickets. Sonst seid ihr euch dumm und dämlich. Ja. Das war es. Das war es. Aus dem Aventurenpark. Aventurenpark. Hellendorm. Ich weiß mal in den Kommentaren, ob ihr schon mal wart. Ja. Oder wie es euch so die Einträge gefallen haben. Wird mich mal interessieren. Und natürlich abonnieren und hier diese... Abonnieren, Glocke, läuten, Daumen dalassen, Herzchen dalassen, auf Instagram uns folgen, liken und so weiter und so fort. Damit wir uns bald wiedersehen. Ja, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.